Was gefällt euch denn an Neuseeland? Also, so generell die ganzen Leute und wie die Schule organisiert ist, weil ganz ehrlich, in Deutschland würde man nie irgendwie Kajak fahren oder, keine Ahnung, klettern gehen mit der Schule, weil das einfach mal viel zu gefährlich wäre. Hier ist es halt ein bisschen relaxter und ja. Super! Und ich mag am liebsten Autorack, weil man das auch in Deutschland nicht machen würde. Und ich liebe die Natur und die Neuseelanden lieben auch die Natur und haben daraus ein Schulfach gemacht. Super! Ich finde es toll, dass wir nur fünf Fächer haben oder sechs Fächer. Und wir können diese Fächer intensiver lernen. Und frei wählen, oder? Frei wählen. Es sei denn, ihr wollt hier abitieren. Und dadurch lernen wir viele Leute kennen, weil es unterschiedliche Klassen sind. Ja, und hier geht auch jeder gerne zur Schule, weil die Lehrer einfach super nett sind und die Atmosphäre viel entspannter ist. Und was könnt ihr Leuten empfehlen, die eventuell... Ja, kommt her! Kommt her! Ja, es geht nach Neuseeland! Ja, ich sûr HEIGト! Ja! Allbre